Hallo Hi Du hast dich überhaupt nicht verändert Ach wirklich? Möchtest du einen Kaffee? Danke, gern Kekse? Selbstgebacken Danke, du bist ein Schatz Lecker Du weißt gar nicht, was es für mich bedeutet, dass wir uns endlich wieder versöhnt haben Du warst immerhin meine beste Freundin und ich hab dir... Ja, den Verlobten ausgespannt, den... Er war's, ich weiß das Ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren Und zu zwingen, sich auszuziehen Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihm das Blut runterläuft Ich kenne diese Art, Mann Der kleine Mann, der kleine Mann voller Angst Und den musst du dir vornehmen, gleich wenn du ihn erwischt hast Direkt nach der Tat, wenn er noch schwitzt Haben Sie von Rosbach geschlagen? Ja Einmal Der kleine Mann 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 Letzende Mann Der kleine Mann